ich hab's alle drei also ich bin ich ja auch ne brauche ich fühle mich ja als frau heute kannst du machen wie du lustig bist ne ich bin ein mann und bleib immer ein mann ja ich auch meine ich jedenfalls böse zungen munkeln also solange du unten was hängen hast bist du ein mann da hängt was hier bist du ein mann und wenn du sogar ein kind hast dann ist es sogar der absolute beweis dafür dass du ein wahrhaftiger mann bist ja du hast das sehr schön gesagt aber noch mehr kann man nicht zeigen dass man mann ist das stimmt ich gehe mal hoch zu diesem zu dieser bude da oben vorsicht da oben könnte ein sniper scuff genau oh schütze also wir sind nicht die ersten die hier kommen da drin ist einer granate granate aber es war nur pistolero du lebst du noch ja ich lebe noch das sind aber nur pistolero du gut der eine ist ja da und der andere weiß ich nicht der steht noch irgendwo hier so so das ist ein dreierteam? nö da hat er einen wieder aufgehoben ach so der hatte schon wieder zeit aber nur mit pisteln hier reingehen? die wollten fett absahnen ich geh mal weiter Richtung villa ein beinbruch ist doch kein beinbruch aber ein gewaltiger gab es ja nicht mal loot irgendwo ich hasse diese raben ey jedes mal das gleiche da war das bei dir oder bei mir? keine ahnung das nervt mich langsam ja oh da hinten springen welche an hast du mich jetzt zur seite geschoben? kann passieren ja irgendwie habe ich gerade einen ey ich ey jetzt ich hänge fest ich komme ja nicht mal raus ach jetzt willst du mich doch verarschen oder? ach jetzt hör aber auf auf alle sonst hinter dir probieren oh jetzt auch alter raben es nervt oder? boah und dann gehst du aus dem Busch raus und in den Busch wieder rein und dann kommt wieder die scheißraben ja du meinst wirst du gerade welche gesehen? hinten an der villa aber ich weiß nicht vielleicht waren es Bots oder so aber ich glaube es fast nicht ich höre auch Schüsse? Ja, von irgendwo dahinten kamen auch gerade Schüsse. Ja, auf dem Turm. Da ist gerade auf jeden Fall einer hochgelaufen. Ja, das auch. Das ist, glaube ich, einer der Höheren. Der hat nämlich Goldrösti. Warum treffe ich den nicht? Oha, der trifft mich aber. Ich habe den einfach nicht getroffen. Hallo. Er trifft mich aber auch. Ich habe dreimal voll in sein Gesicht geschossen. Er heilt zu sich mal. Er hat eine Taschenlamme oder sowas. Irgendwas blendet nicht. Hallo, jetzt ist es auch mal gut hier. Ich treffe den einfach nicht. Wie kann das sein? Wieso leuchtet denn der, wenn der auf mich schießt? Also, ich sehe da wie eine Taschenlampe. Oh, jetzt ist meine... Oh, 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 oh. Ich treffe den nicht. Ich treffe den überhaupt nicht. Ich ziehe voll auf ihn drauf. Ich treffe ihn nicht. Ich habe ihn zweimal getroffen. Aber das... ...bringt ihm nur ein müdes Lächeln ab. Ja. Wir laufen die Straße hier entlang. Immer geradeaus durch den Tunnel durch. Und hauen ab hier. Was? Flucht? Ja, ich... Ich schieße auf ihn, aber ich treffe ihn nicht. Ich habe ihn voll im Visier. Er bewegt sich noch nicht mal. Ich treffe ihn eigentlich. Ich bin gerade da hinten hingegangen. Nee, der ist halt immer noch oben. Ja, ja. Ich sage, ich... Ich laufe mal außen rum. Oh. Hä? Der hat ihn jetzt auf mich gesnipet. Und schon wieder Raben. Ich versuche ihn jetzt mal zu umlaufen hier. Der ist ja immer noch oben drin. Der ist in den kleinen Hüttchen da drin. Wie kann er mich sehen? Nie ein Leben hätte er mich sehen können. Ich bin hier geduckt blank gelaufen. Und bevor ich geschossen habe, hat er schon in meine Richtung geguckt und geschossen. Auf dem Berg ist einer auf. Deswegen, ich wundere mich. Ich habe hier nämlich... ...einen Schuss vorne aus der Richtung gekriegt. Was? Ey, ich bin tot? Hey, wer hat denn mich jetzt ge... Ey. Hör mir doch auf, Alter. Der schießt über den Berg drüber, oder was? Ein Bogen. Leck mich doch. Wie geht denn sowas, Alter? Du willst mich doch verarschen. Ah, sehr schön. Super. Ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht. Das ist der eine, der oben auf dem Berg irgendwo hängt. Mhm. Aber der Schuss kam definitiv jetzt von... ...von dem Turm. Aber ey, wie kann er mich hier unten sehen? Ja, doch. Theoretisch könnte er dich hier gar nicht abschießen unten. Auf dem Turm aus. Vielleicht hat er einen Bruchteil von mir kurz gesehen. Aber der Schuss saß er auch direkt an. Das ist mir auch sehr suspekt. Also ich geh zur Brücke weiter. Ich werde auch unter der Brücke durchlaufen. Und dann können wir ja versuchen, den nochmal von hinten zu erwischen. Hm. Würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Hier ist schon ein Spieler lang gelaufen. Wahrscheinlich der, der vorhin hier abgehauen ist. Das ist ein Bot. Der Haupttor. Der Spieler ist ja noch irgendwo hinten. Hast du geschossen? Ja. Ich hab den Spieler gesehen. Wo? Da hinten. Ah, ich seh ihn. Stimmt, du hast dich. Der ist im Resort reingegangen. Oh ja, ich hab ihn gesehen. Über uns. Au, 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 au. Zwei sogar. Na toll. Scheiße. Oh, ich hab keine Einung mehr. Sie snipen noch auf mich. Oh, dann sind ja beide bei mir. Was? Du hast beide bei dir? Ja. Der eine ist auf der Brücke mit einem Snipe. Der eine weiß, dass ich hinterm Baum bin, Alna. Ja. Kommt beide zu dir. Ja. Beine habe ich den Schädel weggeschossen. Der andere ist beim LKW. Okay. Nein. Bist du auch tot? Nee, aber so gut wie. Er kommt. Er fliegt sich zusammen. Hast du ihn? Ja. Sehr schön. Oh, geil. Aber da snipet noch einer oben. Hörst du das? Irgendwas snipet hier noch. Und wo ist denn der Puch, den ich erschossen hab hier? Meiner kommt wieder. Und hat viel Geld ausgegeben, weil der ist sehr nah. Ja. Also wenn du was findest, hol es dir. Ja. Mit ner Pistol nur. Der ist nur mit ner Pistol wieder gekommen. Ich würde gern die Vector mitnehmen, Alna. Hei ich mich erstmal voll hier. Ich hab nix mehr zu heilen. Weck mich. Warte, ich schmeiß dir was hin. Komm her. Da. Hä? Wo ist denn jetzt? Auf dem Berg, auf dem Berg ist er. Wo ist denn jetzt meine Heilung hin? Da war der gerade. Ich krieg das Kotzen mit diesem Spiel, aber... Was? Ich war aus dem Kreis raus. Wo bist du? Warte, weg, 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 weg. Warte, weg, weg, weg. Ich bin weg. Oh. Ich. Das ist jetzt wieder Belebung. Ach, scheiße. Der eine ist links. Wieso fällt er denn nicht um? Der andere ist nur mit ner Pistol reingegangen, wie's aussieht. Sonst, ich krabbe jetzt zu dir. Und er belebt mich aber wieder. Ja. Ey, wie viele sind denn das? Ich komm wieder. Ich mach rückhör und komm wieder. Ich mach rückhör und komm wieder. Ich mach votre jetzt. little splatser. Das ist falsch. Oy. ich hab's alle drei was nicht töten ja nicht ganz naja lass uns schnell raus wo bist du ich bin am arsch der welt gespawnt ich bin aber auf dem weg ich will nur zu meinen sachen kommen dass ich wenigstens meine sachen wieder habe ich bin ja schon gleich da wie ich sage ja ich bin schon gleich da ein messer hast du das heißt einer macht wiederkehr so ich wollte ja eigentlich den hier vorne noch mal looten oh ich brauche wasser ich habe auch keine munition mehr und die vektor wollte ich mitnehmen gib mir doch die vektor menschen zu geben das kann doch nicht sein was macht was macht das ding ich habe doch es macht gar keinen sinn ja kommen die schon wieder ok was leuchtet dort aber du hast noch was leuchtet da ich kann es jetzt gerade nicht sehen weil ich habe nicht gerade werbung ah das war ein sechser armo ich will die ripp noch mitnehmen für die vektor also einer ist auf jeden fall noch unterwegs ein hast du noch ein rotes ding jaja einer kommt zurück das ist hier mein blut da mit granaten wieder wo ist denn die der eine dude ist da oben irgendwo wenn wir diese Drecksleute mit ihren granaten werfen ne der wird gerade von jemand anders gekillt boah ich muss raus ich verhore komm lass uns abhauen hier komm 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 ja einen schuss habe ich noch ey warum ich ey das verstehe ich nicht hab den mit der hab den nicht klein gekriegt mit der sniper ich habe auf seinen schädel geschossen das war mir ein absolutes rätsel und hier habe ich kämpfen denn gerade welche an da müssen gerade andere kämpfen kein schuss kam bei mir an hm sind schüsse gefallen aber keiner kam bei mir an hm hm ach du hast kein Messer mehr bei dir was ein Messer rechts oben wahrscheinlich nicht hm lass uns ruhig gehen achso das meinste ja ne ist kein Messer mehr da dann wo bist du denn jetzt schon wieder hin achso da vorn schon ja hallo Sveni grüß dich schönen guten Abend warte 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 kann ich das mitnehmen ja ich bin nämlich eine Million schwer ok ich hoffen weise die richtig krasse Munition von denen geklaut habe wo ist denn jetzt meine ganze Ripp-Munition die ich hatte hat die alle auf eine Stapel gepackt na gut das kann sein dass er die alle eingesackt hat und er hat das Pira-Visier gewastet was für ein Hurensohn was heißt das ich weiß nicht wie aber du kannst im Grunde genommen eben schnell von deiner Waffe das Visier runternehmen